Willkommen zurück, Orksmas 3.3 und natürlich mit uns wieder mit dabei, meine Wenigkehren Daniel und auch der Alex wieder am Start. Hallo Alex! Juhu! Ich sehe da eine Zauberin, die sich so ein bisschen benimmt wie in Frozen. So sieht es jedenfalls aus. Müssen wir jetzt irgendwie alle einfrieren oder? Nö, ne? Aber du erzählst mal. Violett da, Violett dort, alles ist violett. Nutze eine Auswahl an Arkanen-Ausrüstung, um die Horten an Feuerteufeln zu besiegen. Alle Schaden verursachten Fallen sind verbessert und verursachen Arkanenschaden. Das kann ja lustig werden. Ich hab das mit den Arkanenschaden glaube ich nie so wirklich gecheckt. Ja, das sind diese, wenn die Sachen lila sind. Ja, das weiß ich schon. Aber was macht Arkanenschaden? Außer, dass es Schaden macht. Naja, du kannst zum Beispiel die Feuerdinger am Boden kannst du mit Arkanenschaden machen. Dann machen die auch gegen die Feuer-Resistententeile Schaden. Ha! Ich hab Barrikaden. Ha! Ha! Barrikaden-Man ist wieder da. Alles klar, gut. Wir haben eine Ding-Ecke abgesichert. So, jetzt hab ich natürlich fast keine... Ja, ich würd sagen, der Bau ist dahin, ne? So, Bobel-Dinge, dann machen wir fertig. Alles ist perfekt zum Töten angeordnet. Oh, das war's. Endlich mal eine Challenge auf meinen Geschmack. Ich wäre soweit. Bollekaden! So, und jetzt machen wir hier den BB-Block-Spec-Modus. Hex-Hex. Die Feinde bereiten sich aber vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Ah! Jetzt muss ich erst mal wieder zurück. Bloß ein bisschen aufschlafen. Ich mag ja diese violetten Gegner so überhaupt nicht. Ja, aber man kann die ja machen, dass die einen mögen. Ja, ist aber eine Hassliebe. Oh nein, nicht du! Geh weg! Kann man den auch betäumen? Ah ja. Macht der eigentlich AI-Schaden hier? Ah ja, doch macht er das, wenn man den Schuss auch lässt. Ich mag das einfältige Töten von uns. Oh, da ist ein Wiederbeleber dabei. Das hat ihm nichts genutzt. Nö. Oh, bis auf 1 habe ich alles verbraten. Kommen Sie ran da, haben Sie Spaß mit uns. Die drehen dann wieder um, haben Sie Angst hier. Die sind aber nicht für das Horror-Spiel geeignet. Oh Gott, aufgeladenen Schuss komplett in die Wand gesetzt. Wir müssen mal so eine Herausforderung machen, wo du nur solche Fliege fallen, die... Na, die fällt es gerade nicht ein. Sind die gefallen? Wir fallen, die fallen gerade nicht ein. Ja, die wohl drauf drehen, diese, wo sie dann wegfliegen. Ach so, du meinst die, ähm... Jetzt fällt mir noch mal so ein. Ja, genau. Das geht mir genauso. Mann, du steckst mich an. Mit deinem Alzheimer hier. Ich bin sowas von breit. Moment, ich auch. Ich bin sowas von bereit. Das macht ja immer noch Spaß. Hosenkorn. Klong. Geistseiler. Was macht der eigentlich, wenn man den übernommen hat? Ja, ich denke nicht, dass er uns heilt. Ich vermute auch nicht. Aber vielleicht würde der ja die Orks auf unserer Seite wieder benehmen. Das wäre cool. Ja. Ich mag das einfältige Töten von Orks. Aber das würden wir wieder nicht raffen, würden sie trotzdem wieder mailen. Ja gut, ich meine, es sind immer noch Orks, ne? Am Schluss müssen sie sowieso sterben. Wer ist jetzt der Boss? Tja, ne? Und damit die richtig viel Spaß haben, reden sie dann da wieder zurück. Genau das soll die Vollklappen. Da kommen weitere Feinde! Na? Wofi kommt? Na wofi? Magst du mich? Jetzt geht er weg. Jetzt hat er sich entliebt. Entliebt? Oh ja. Na? Schade, ich dachte, wir haben dann auch diese Drachenfalle. Ist ja auch Arcana-Schaden eigentlich. Ja, richtig. Die habe ich bisher... Ich glaube, ich habe die am Anfang mal probiert. Aber die hat so einen elendlangen Cooldown. Hä? Schießt du dich permanent? Keine Ahnung, da kommt immer mal wieder so ein Arcana-Drecher raus, aber so fühlt irgendwie nur einmal jede Minute. Okay. Ich weiß nicht, also das habe ich bisher nur so ganz gecheckt, wie die funktioniert oder was die jetzt macht. Wow, wieso werden die hier angeschossen? Seine Zeiten als Boss sind vorüber. Ich bin... Fantastisch. Fall nüt nieder. Wir haben doch keine Zeit. Mann. Also der voll aufgeladene Schuss mit dem kleinen Rückschlag ist natürlich auch schon ganz praktisch. Hin und wieder mal. So. Ich kann hier gar nicht so wirklich coole Fallen machen. Da kommen weitere Feinde. Und nach all den Jahren. Oh Gott, der war wieder komplett in die Pampa geschossen. Also da war die Shotgun besser am Eistag. Da hast du ja gerade irgendwo hinschießen können. Mindestens drei, vier Schüssen. Haben schon getroffen. Jürgen. Irgendwas hast du getroffen. Okay. Der war auch komplett daneben. Wolfi kommt. Wolfi kommt. Wolfi kommt. war auch komplett daneben. Oh, dreht mal wieder ab. Oh, dreht mal wieder ab. Ich bin zurückgekommen hier Das weiß er selber nicht Alles ist perfekt Ja, da kommen sie eh öfter vorbei Irgendwas treffen sie auf jeden Fall Ich sehe schon, ich habe hier kein Fleckchen mehr, wo ich den pflanzen kann Da noch eine Drückst du mal? Die Zeit läuft! Die Zeit! Die Zeit! Ich weiß, ich weiß, wir haben doch keine Zeit Ich will doch den Fünfer-Schädel Nein Ey Was spülen denn die hier Feuer? Was soll das? Gehst du? Geh woanders hin! Du bist verliebt in mich, hau ab! Das ist wohl eher Hassliebe Ich verstehe gar nicht mehr rum Ja, aber das ist echt so ne Die lassen sich echt noch so Also Ja, so tamen lassen sie sich Mh Weißt du was? Alle machen wieder zurück Das macht ja immer noch Spaß Das macht ja immer noch Spaß Fangen wir doch, dann habe ich auch noch eins Ja, dann drehen sie erst mal ab Wenn der umgedreht ist Ist mir ein Vergnügen Komma, zau doch ab Ich bin allergisch gegen Haare hier Hört auf mich zu belästigen Bloß ein bisschen Ork schlachten Das ist aber die totale Orgokalypse hier Ja Ei 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 Wo bauen wir denn jetzt noch was denn? Genau wo ich sie wollte Weißt du was? Weißt du, hast du auch schon was denn gebaut? Weißt du, hast du auch schon was denn gebaut? Weißt du, hast du auch schon was denn gebaut? Hä? Achso, da hinten, ja Ja, ja Ach, ich höre sie schon wieder rumbrüllen Viel leichter als ich dachte Wie hat Rammstein scheinbar schon gesungen? Liebe ist für alle da Ja, genau Ich bin so der Ja, das ist eine merkwürdige Liebe, die wir hier verteilen Wer ist jetzt der Boss? Ah, 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 ah Ihr wollt doch nicht etwas? Ja Ich vergesse die komische Stelle, sag mal, ja Ja, ja Was ist jetzt los? Nein, 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 nein Wir wollen doch nicht da durchbrechen Batman Doch, halt, Mann Entschuldigung Was? Da ist was durchgerannt? Nein Doch, wenn wir nicht bei uns sind Wieso? Wo denn? Weiß ich nicht, keine Ahnung wie das passieren konnte Wer ist jetzt der Boss Da ist doch keiner durch? Doch, da ist doch einer durch gewesen So ein kleines Mistbiet Weniger ist mehr Tja, das war's mit den fünf Köpfen Ja So erheitern sie eh und je Ich bin enttäuscht Ich bin enttäuscht Das ist ja sehr ärgerlich Gewinnen Gewinnen Die Kunde musst du auch mal G drücken Ja, alle, ja, genau Na gut, dann sind wir auch mit den wöchentlichen Challenges durch Ich befürchte ich Und ich befürchte, wir haben nichts mehr üblich in dem Spiel Was wir tun können Außer vielleicht irgendwann nochmal den Chaos-Modus und den Endlos-Modus nochmal auszupacken Ähm, ja, und irgendwann sollen glaube ich auch nochmal DLCs kommen zu dem Spiel, habe ich gehört Aber, da sind wir auf jeden Fall wieder am Start Glaub ich Gell Alex? Ja, ja, ich bin immer dabei Orkse schlachten Ja, genau, es wird noch jede Menge Orks-Met und Ork-Döner und Ork-Kebab Und was kann man aus Orks noch so machen? Ich will gar nichts mit Essen mit denen zu tun haben Na gut, dann ähm Soll's das für heute gewesen sein Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Und dann gibt's vielleicht wieder was anderes Oder auch wieder Orks-Mustei, wir wissen noch nicht irgendwas Bis dahin, tschüss Tschau, tschau